Der Hessische Friedenspreis wird an herausragende Persönlichkeiten vergeben, die sich in besonderer Weise um die Völkerverständigung und den Frieden verdient gemacht haben. Ilward Elman ist eine solche herausragende Persönlichkeit. Sie kümmert sich etwa um die Opfer von sexueller Gewalt, um die Reintegration von ehemaligen Kindersoldaten und um eine bessere Bildung für Mädchen und Jungen. Das Besondere an dem Preis ist, dass Vorschläge für Preisträgerinnen und Preisträger von den führenden deutschen Friedensforschungsinstituten unterbreitet werden. Das heißt, die fachliche Kompetenz der vorschlagenden Friedensforscherinnen und Friedensforscher ist, glaube ich, ganz entscheidend dafür, dass der Preis dieses hohe Renommee hat. This award presents a very big opportunity. Countries like mine in Somalia, where almost every solution has been tried and tested. We've had more than 15 different peace agreements. And we realize that the normative and outdated framework for building peace is no longer fit for purpose in my country or other countries that are also facing similar types of violence. So this platform and the spotlight the prize provides is an opportunity for the world to rethink What are the new principles for building peace? Noch immer wird Frieden vor allen Dingen mit den Mächtigen gemacht, meistens Männern, während gerade die vulnerabelsten Gruppen, also diejenigen, die am verletzlichsten sind, außen vor bleiben. Ilward Elman steht aber genau für diese Art von Peacebuilding. Sie konzentriert sich auf die vulnerabelsten Gruppen, auf Kindersoldaten, auf Frauen, die sexueller Gewalt teilweise mehrfach ausgesetzt sind und versucht ihnen eine andere Zukunft zu gewährleisten. Der Eindruck, den Frau Elman heute hier hinterlassen hat, ist sehr positiv. Auch das Gespräch, das sie gestern mit Schülerinnen und Schülern in Frankfurt geführt hat. Also ich denke, wir haben eine sehr glückliche Entscheidung mit Frau Elman getroffen. Und die jungen Studenten in Deutschland besitzen, während ich hier war, hat das Gefühl, dass mein letzter Mentor, Herr Kofi Annan, gesagt hat, dass Sie nie zu jung sind, um zu führen. Ilward Elman ist mit ihren erst 33 Jahren eine der wichtigsten Stimmen der afrikanischen Friedensbewegung. Ihr großer Einsatz für Menschenrechte in einem der gefährlichsten Länder der Welt macht sie zu einer würdigen Preisträgerin für den Hessischen Friedenspreis 2022. Vielen Dank.